Musik Musik Verrucht und modern, Zerabont, Chacona, Tango. Die genannten Tänzer haben eines gemeinsam, sie waren alle mal verboten und dann doch wieder erlaubt. Sie haben also eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Musik Anders als man es vielleicht erwarten würde, stellen wir Barockmusik und Tangos nicht nur nebeneinander und bearbeiten sie, nein, wir schieben sie ineinander, wir vermischen sie, wir lassen daraus eigentlich einen neuen Musikstil entstehen. Und das ist das Besonderste und das vielleicht Kühnste an diesem Programm. Musik Was ich sehr, sehr schön finde, ist die Vielfalt in diesem Programm. Also es kommen zum Beispiel Elemente aus dem Tango-Walz vor, aber auch ganz traditionelle Tangos oder auch vom Pujazolla gibt es ja auch zum Beispiel ein Stück, das heißt Oblivion, was sehr ruhig und getragen ist. Aber die Vielfalt, die jetzt sozusagen auch durch das Ensemble dann da mit reingespielt wird und die barocken Anteile, wie sich das vermischt, das war schon eine sehr spannende, interessante Aufgabe für uns und auch ein sehr interessantes Programm als Ganzes. Also ich fand es super. Musik Der Tango kriegt ein barockes Kleid, dieser Rabont wird plötzlich von Tango-Impulsen durchzogen. Das heißt, wir schlagen hier eine Brücke über Konventionen, über Jahrhunderte und durch die musikalischen Genres. Musik Ich hatte so das Gefühl, dieser Herzschlag, der in der Musik ist und diese Impulse, die da sind, haben sich für mich als Tänzer übertragen und das war für mich ein bisschen Rock'n'Roll so. Also dieses, wow, klasse, man groovt zusammen sozusagen mit und obwohl die Musik vielleicht für Außenstehende erstmal etwas ruhiger wirkt als Rock'n'Roll, gebe ich zu, ist trotzdem auch so etwas dabei, was einen trägt, was einen mitnimmt und wo man merkt, es macht eigentlich viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt die gleiche Musik vom Band hören würde. Musik Applaus All right! Applaus 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 Vielen Dank.